Was ist der internationale Dachverband von Memorial mit Sitz in Moskau verboten? Das ist, glaube ich, auch nicht so bekannt. Memorial ist eigentlich ein großes Netzwerk von Organisationen in Russland, in der Ukraine, in verschiedenen europäischen Ländern und eben, wie gesagt, die Ebene, die internationale Dachverbandsebene. Also gegen die wurde dieser Schlag durchgeführt und der wurde gerichtlich aufgelöst und daneben traf es eben auch noch eine Mitgliedsorganisation, das Menschenrechtszentrum Memorial, das auch seinen Sitz in Moskau hat. Und eine örtliche Organisation, also das regionale Memorial in Perm. Also das wurde auch gerichtlich aufgelöst dann im Frühjahr. Aber jetzt in Russland gibt es zurzeit noch 20 Organisationen, die weiter bestehen und wo auch noch weiter Tätigkeit stattfindet. Ja, seitdem hat sich die Situation der Memorialorganisationen in Russland diametral verändert. Natürlich ging erst mal von diesem Schlag gegen den Dachverband ein Signal ins Land und wir hatten erst mal Sorge, dass also auch die regionalen Gouverneure dieses Signal aufnehmen und gegen die Memorialverbände in ihren Regionen vorgehen. Das hat sich glücklicherweise nicht in dem Maße bewahrheitet, wie wir das befürchtet hatten. Also wie gesagt, in Perm wurde gegen die regionale Memorialorganisation vorgegangen. Also zurzeit gibt es auch in Komi, die haben auch massiv Schwierigkeiten, aber ansonsten können andere regionale Organisationen jetzt als Organisation weiter bestehen. Was aber dann eben passierte, war, dass ja auch der Krieg, also Russland den Angriff auf die Ukraine dann im Februar vorgenommen hat. Und mit diesem Angriff ja nochmal massive Gesetze verabschiedet wurden, die in die Darstellung geschichtlicher Ereignisse in Russland eingreifen. Und viele Memorialmitarbeitende in den verschiedenen Regionen haben ja zur russischen Geschichte geforscht, zur sowjetischen Geschichte geforscht, haben dazu publiziert, haben sich in Facebook-Einträgen oder anderen sozialen Netzwerken ihre Einstellungen zur sowjetischen oder russischen Geschichte kundgetan. Und die bekamen dann alle Angst, dass sie praktisch infolge dieser Gesetze für das, was sie an Einstellungen und an Forschungsergebnissen veröffentlicht hatten, Schwierigkeiten bekommen. Und da waren dann einige, die sagten, sie können jetzt nicht mehr in Russland bleiben. Und es setzte also, obwohl die Organisationen noch legal waren, setzte trotzdem eine Ausreisewelle ein. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass die Organisationen zwar noch existieren, aber Personal total ausgedünnt sind. Dann kam es ja auch dazu, dadurch, dass Memorial International hatte ja praktisch dieses Stigma ausländischer Agent auf sich genommen und konnte dadurch also viele ausländische Fördermittel akquirieren und die auch in die Regionen weiter verteilen. Und mit dem Schlag gegen Memorial International ist praktisch diese Möglichkeit der Finanzierung jetzt geschlossen. Und die vielen auch regionalen Organisationen sitzen auch finanziell ein bisschen auf dem Trockenen, weil schon auch die Stigmatisierung jetzt auch des Namens so wirkt, dass sich örtliche mögliche Geldgeber in den Regionen dann auch nicht mehr trauen, die örtliche Organisation zu unterstützen. Also das ist auch noch ein weiteres Problem geworden, warum auch dann viele Sorge hatten, in Russland nicht mehr weiter existieren zu können. Das hat jetzt eben dazu geführt, dass wir jetzt ein großes Netz eines Memorial-Exils über ganz Europa verstreut haben, das mit den Menschen, die jetzt noch in Russland verblieben sind, koordiniert werden muss. Und das ist ein hoher Anspruch jetzt oder eine hohe Aufgabe, das hinzukriegen. Und dann natürlich diejenigen, die jetzt im Exil sind, für die ist es auch schwierig, in den verschiedenen Ländern, wo sie sitzen, sei es Litauen, sei es Polen, sei es Tschechien, sei es Frankreich und natürlich auch viele sind nach Deutschland gekommen, dort irgendwie ihren Lebensunterhalt zu sichern und ihre Arbeit weiterzumachen. Im Memorial Deutschland existiert zwar schon sehr lange, also circa 30 Jahre, aber war eigentlich jetzt die ganzen Jahre ein hauptsächlich ehrenamtlich getragener Verein, der auch die einen oder anderen Projekte gemacht hat, aber eben von Menschen, die das immer nebenberuflich gemacht haben. Seitdem also der Internationale Dachverband geschlossen wurde und viele russische Memorial-Aktive in so einer desolaten Lage sind, viele davon nach Deutschland gekommen sind, hat sich natürlich da unsere Aufgaben verändert. Und wir sahen uns plötzlich auch in der Rolle, diese Ausreisewelle mit zu koordinieren und uns auch mit drum zu kümmern, dass eben die hier ankommenden Memorial-Aktiven in irgendeiner Form Stipendien bekamen, Möglichkeiten, irgendwo zu wohnen. Und wir haben uns dann auch beteiligt an der Organisation eines Unterstützungsnetzwerks, wo ja auch die Bundesstiftung Aufarbeitung sich sehr engagiert hat, aber eben auch zahlreiche Gedenkstätten in Deutschland, Amnesty International. Also da haben wir dann mitgemacht und das war für uns jetzt ein ganz schöner Arbeitsaufwuchs, den wir dann zu stemmen hatten. Und ja, aber ich finde, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Und wir waren jetzt auch dann noch gleichzeitig in die ganzen Vorüberlegungen eingebunden, weil wir ja auch im internationalen Vorstand einen Sitz haben als Memorial Deutschland. Und wie kann es weitergehen mit diesem internationalen Wettnetzwerk? Wo können, also braucht es, es braucht ein neues Hauptquartier, das kann nicht mehr in Moskau sein. Wie kriegen wir das hin? Gründen wir einen neuen Verein? Soll das Ganze eine ganz andere juristische Form haben? Also das waren ja alles lange Beratungen, an denen wir auch per Zoom-Sitzung beteiligt waren, was wir auch noch nebenbei sozusagen erledigt haben. Und ja, also das waren jetzt schon wirklich sehr anstrengende Monate. Ja, der aktuelle Status ist sehr unsicher. Also die meisten konnten zwar jetzt erst mal mit Stipendien aufgefangen werden, aber das sind ja alles keine Dauerlösungen. Und ihr Aufenthaltsstatus hängt auch oft an diesen Stipendien mit dran. Und in dem Moment, wo die also auslaufen und nicht mehr verlängert werden können, haben die Menschen eigentlich kein Aufenthaltsrecht mehr in Deutschland und fallen in die Duldung oder müssten dann einen Asylantrag stellen, was dann wieder zu einem langen Verfahren führt, in der sie nicht arbeiten können. Wir haben uns auch als mehrere Organisationen dafür eingesetzt, also dass diese Mitarbeitenden in einen gesicherten Aufenthaltsstatus kommen, also auch einer, der dem humanitären Aufenthaltsstatus ähnlich ist. Aber, und da gab es auch erst positive Rückmeldungen, auch vor allen Dingen aus dem Auswärtigen Amt, aber im Moment scheinen wir da so ein Stück stehen zu bleiben. Also, weil jetzt das Bundesministerium für Innen, fürs Innere und die Länder, also örtlichen Ausländerämtern sich da nicht auf ein einheitliches Verfahren anscheinend einigen können. Und wir versuchen uns dafür einzusetzen, dass das noch bald zustande kommt, bevor also die Leute, die jetzt hier in Deutschland sind, aufenthaltsmäßig ins Nichts fallen. Ja, jetzt durch die Verleihung des Friedensnobelpreises, das war natürlich eine enorme Aufwertung für die Organisation oder das Netzwerk, sage ich ja lieber. Und das hat natürlich auch dazu zu einem höheren Bekanntheitsgrad geführt und auch einem hohen Spendenaufkommen, was natürlich jetzt sehr günstig ist in der Situation. Trotzdem steht es jetzt erst mal als Aufgabe an, wieder zu einer internationalen Ebene zu kommen, die auch irgendwo angesiedelt ist, damit man dann auch dieses Netzwerk in diesem neuen Zustand mit einem anderen Schwerpunkt, also früher lag ja der Schwerpunkt ganz klar in Russland, durch diese Ausreisewelle, auch durch das Verbot des Dachverbands, der jetzt nur in Europa neu gegründet werden kann, wird der Schwerpunkt in Zukunft ja eher in Westeuropa oder Mitteleuropa liegen. Und da wird es zu einem Mentalitätswechsel in der Organisation kommen müssen, zu neuen Perspektiven. Also das ist im Moment eine Herausforderung. Und wo wir da in fünf Jahren stehen, kann ich im Moment gar nicht sagen. Also meine Hoffnung wäre, dass in den kommenden fünf Jahren es memorial gelingt, sich als Organisation mit einem neuen Schwerpunkt in West- oder Mitteleuropa neu aufzustellen und sich da auch entsprechend zu entwickeln. Aber gleichzeitig, dass es gelingt, die Hauptthemen von Memorial weiter im Blick zu behalten, also die Beforschung und Aufklärung der sowjetischen Staatsverbrechen, die Aufklärung darüber und auch der Blick auf die politischen Gefangenen, die es heute in den Ländern des post-sowjetischen Raums gibt. Also das sind ja so die drei Hauptsäulen der Memorialarbeit. Und da wünsche ich mir natürlich, dass die erhalten bleiben. Und auch, dass durch diesen Schwerpunktwechsel nach Mitteleuropa, dass es auch in West- und Mitteleuropa das Bewusstsein dafür wächst, dass eben die sowjetischen Staatsverbrechen nicht nur russische Geschichte sind oder Geschichte des post-sowjetischen Raumes, sondern eine gesamteuropäische Geschichte.